Der Tabellenerste gegen den Tabellendritten Wir sechs Der erste Assistent ist von Huyi Saka aus Berlin. Alle Kollegen assistieren. Und das freut uns auch besonders. Christian Stute aus Roskau. So, meine Damen und Herren, und den Hinblick auf den Ratsch der Frau, aus Papier. Und jetzt haben wir den Spielkontakt der Nürnbergsbekannten, der Mann hat Dresd, Jena Kühnert aus Papier. Und ich stehe mir jetzt an die Frau, Dresden SC. So, nach der Vorstellung der Schiedsrichter kommen wir dann auch zu den Spielern mit der Nummer 1 beim Dresden SC. Silvia Sperl. Mit der Nummer 3 Friederike Thieme. Mit der Nummer 4 Stefanie Kark. Mit der Nummer 5 Kerstin Tscherlich. Mit der Nummer 6 Danny Mancuso. Mit der Nummer 11 Grit Müller. Mit der Nummer 12 Linda Helterhoff. Mit der Nummer 13 Saskia Hippe. Mit der Nummer 14 Anna Kmalio. Mit der Nummer 18 Anna Kmalio. Magdalena Grücker. Trainer ist Alexander Weibel und Co-Trainer Ulrich Rath. Und wir machen weiter. Die Halle erhebt sich. Schweriner SC Nummer 1. Lisa Thomsen. Und wir machen weiter. Mit der Nummer 2 Mit der Nummer 2 Wendula Adlerhoff. Die Nummer 3 Nadja Schaus. Die Nummer 4 Mirja Topic. Mit der Nummer 5 Maja Pachale. Mit der Nummer 6 Julia Retzlaff. Mit der Nummer 7 Patricia Patti Thorman. Mit der 8 Berit Kaufeld. Mit der Nummer 9 Marie Frick. Mit der Nummer 10 Dennis Hanke. Mit der Nummer 11 Sandra Gucce. Mit der Nummer 12 Anja Brand. Und last but not least Mit der Nummer 13 Janine Völker. Another 3 Maritz! I have a Son. I have a Herran. And now. Maybe you have a hand. My name is I have my name and my name My name Und jetzt ist es Parno und Köln. Es ist ein ganzes Wettbewerb, diesmal wird auch immer zählen, wenn alle die Proteste gehen. Und die werden wir jetzt hier sehen, die sind von drei, im Fernsehen, in der Nähe, in der Nähe. Aber das ist alles an die Entspieler. Auf die Schatten! Ja, das ist hier, das ist hier, das ist hier. So, und eröffnen wird das Spiel Stefanie Kark vom Dresdner SC. Und der erste Punkt geht auch an den Dresdner SC. 0 zu 1. Und das Ass. Und er ist soweit, erster Punkt für den Schweriner SC. 1 zu 3. Und er ist soweit. Erster Punkt für den Schweriner SC. 1 zu 3. Deniz Hankup. Und er ist soweit. Deniz Hankup. Und der Punkt ging an den Schweriner SC. 2 zu 4. Mirja Topic. Und da steht der Block von Patrizia Tormann. Und Anja Brand. 3 zu 4. Und Patrizia Tormann gleicht aus. 4 zu 4. Der Ball ist drinnen. Der Ball ist drinnen. Und der Ball ist drinnen. Und da steht der Ball. So, das heißt erinnert sich an der Schweriner SC. Wir sind ein großer Fehler auf der Schweriner SC. Und ein ganz wichtiger Fehler. Der Ball ist jetzt drinnen. Und Julia Retzlaff gleich wieder aus 5-5. Anja Brand. Und Saskia Hippe erhöht 5-6 Aussicht des Schwerinersi. Und Julia Retzlaff schlicht unhaltbar 6-6. Patrizia Thormann. Der wird wiederholt. Da hat keiner der Offiziellen gesehen, ob er drinnen oder draußen war. Patrizia Thormann zum zweiten. Und Julia Retzlaff erhöht auf 7-6. 8-6, erste technische Auszeit im ersten Satz. Die Applaus von der Universität der ganzen Jahre. Der wird wiederholt. Der wird wiederholt. Wollen wir sieben. Das war's für heute. Und der ist im Haus, aber da war noch eine Schwerinerin dran. 8 zu 7, 7 zu 8, Aussicht des Dresden RSE. Saskia Hippe. Und Julia Retzlaff mit dem 9 zu 7. Julia Retzlaff fährt jetzt auch mal eine Anhängabe. Kieler geht! Und Gerrit Müller mit dem Hass zum Ausgleich, 9 zu 9. Und Mira Tovic mit dem Ball in Saus, 9 zu 10 aus Sicht des SSC. Gerrit Müller und da ist Mira Tovic zur Stelle, macht den Fehler von eben, wir werden 10 zu 10. Berit Kaufeld. Und Linda. Da hält der Hof mit dem 11 zu 10 aus Sicht des SSC. Wir haben eine Ecke zu spät in den zwei. Diesen 4 zu 10. Und wir haben eine Ecke zu spät in den zwei. Und Anja Brand. Sieht dort die Lücke, 11 zu 12 im ersten Satz. Und jetzt Dennis Hanke an der Angabe. Und der geht ins Netz. 11 zu 13. Linder Helderhof. Und Patrizia Tormann mit dem Anschluss zum Treffer zum 12 zu 13. Linder Helderhof. Miratopic. Das ist Frederike Thiemann für Dresden. Das ist Frederike Thiemann für Dresden. Und Gritt Müller erhöht auf 15 zu 12. Aus Sicht des Dresden. Nassi. Und da steht der Block von Dresden. 16 zu 12, Aussicht des Dresdner SC. Und damit geht es in die zweite technische Aussicht. Beantwortet eben, ganz alles mit der Sprache. Mein Vater ist ganz zu. In der Zeit. Tzzz. Tzz. Tz. 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 Zum Leben, die erste Gendarme steht, und willkommen mit einer schönsten Tz-Fakt. Und der Punkt geht an den SSC 13.16. Anja Brandt mit der Angabe für den SSC. Und der war drin, Saskia Hippe mit den 17.13 aus Sicht von Dresden. Und Patricia Thormann mit dem 14.17. Wir gehen ins Netz. 18.14. Und das Gelbe. Und Berit Kauffeld mit dem 15.18. Julia Retzlaff. Und da steht der Block von Dresden. 15.19 aus Sicht des SSC. Und da kommt keiner mehr ran. Miratovic mit dem 16.19. Mit einer Angabe jetzt Lisa Thomsen. Mit einer Angabe jetzt Lisa Thomsen. Und die ist es nicht. Ja, wird er sein. Und die werden es nicht. Und in die ist es he мет. Und hier wird jeder. Und hier wird jeder, jeder. Und der Ball ist drin. 17 zu 20 für den SSC. Und Dennis Hanke jetzt an der Angabe für Schwerin. Und der Ball ist drin. Und Dennis Hanke mit dem Ass. Und der Ball ist zum 19 zu 20. Auszeit genommen vom Dresdner SSC. Und der Ball ist drin. 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 23,21 Erneute Auszeit vom Dresden RSC Erneute Auszeit vom Dresden RSC Erneute Auszeit vom Dresden RSC Anschlusstreffer für Dresden 22,23 Aussicht des Dresden RSC Friederike Thieme Und Vendula Adlerova mit dem 24 zu 22 Satzball für den Schweriner SC Und ausführen wird diesen Anja Brand Dresden RSC Und das haben wir jetzt nebenher alles gesehen Wir haben uns gar nicht hier Zwei Schuss Zwei Schuss Und der Punkt geht an den Dresden RSC Ausgleich Auszeit genommen von Tore Alexander Dresden RSC Dresden RSC Dresden RSC Dresden RSC Dresden RSC Auf GUPN Und der Ch kommst der zur Staffel Dresden RSC Dresden RSC Kinder Dresden RSC 1 2 2 2 2 3 H 5 1 1 2 Und Rüttmüller Erhöht auf 25 zu 24 Satz bei Dresden. Erneut Auszeit genommen vom Schwerinersi. Erneut Auszeit 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 Es geht los! Und Vendula Adlerhofer erhöht wieder für Schwerin. Damit 27 zu 26 erneut Satzball Schwerin. Dresden kann wieder ausgleichen. 27 zu 27. Und an der Angabe jetzt Grittmüller. Satzball Dresden. Erneut durch Grittmüller ausgeführt. Und Miratopic kann erneut ausgleichen. 28 weiter. Und der Ball war unhaltbar. 29 zu 28 erneut Satzball für Schwerin. Und ausführen wir diesen Berit Kaufeld. Und der Ballmaus. Der erste Satz geht somit beim Stand von 30 zu 28 an den SSC. Damit steht es in den Sätzen. 1 zu 0. 2 zu 29. Und der erste Satz. Und der erste Satz. Und der erste Satz. Und der erste Satz. Wurde noch unser Weltmeister Stefan Niemke geehrt. Und der erste Satz. Eröffnen wird den zweiten Satz. Dennis Hanke, Tom Schwerin-SC. Und wie im ersten Satz geht auch der erste Punkt an den Dresden-SC. Linda hält der Durchruf und der war zu weit, damit steht es 1-zu-1. Mirat Hoppetsch. Und der ist im Haus 2-1 im zweiten Satz. Das Gelbe mit dem Ausgleich, 2 Meile. Wir werden die Timo. Und Julia Retzlaff mit dem 3 zu 2 für den SSO. Anja Brand. Und Dresden kann erneut ausgleichen. 3 zu 2. Der war zu weit. 4 zu 3 für den SSO. Gret Müller für den Dresdener 7. 4 Beine. Und Berit Kaufeld mit dem 5 zu 4. Julia Retzlaff. 7. Und Stefanik Haag. Gleich wieder aus. 5 Beide. Umsatz, um 29. Und Frederike Triebe bringt den Dresden SC in Führung, 6 zu viertel. Und die Angabe ging ins Netz, 6 Beile. Für den schönen SC wäre Paulfeld. Und da steht der Block von Dennis Hanke und Anja Brandt, 7 zu 6. Und schön gemacht durch Stefan Ikaak, 7 weiter. Und Anja Brandt erhöht für den Schweriner SC auf 8 zu 7. Und damit geht's in die erste technische Auszeit. Im zweiten Satz. Demo benz remembering gegen die Abienna geöffnet ist unfassbar. Originally, wir stehen im Dreumichen der Regel und dial sorted aus. Schwerier Sfie von Chienango und Tz Gudlufer und bei Freiheit liegt und Ball nowadays heraus. Das hat Überdrückt Audiogele, da ist glücklich ein Wbowl. Ohhhh. Moment. Moment! Und damit geht es im zweiten Satz beim Stand von 8 zu 7 weiter. Angabe für den SSC, Dennis Hanka. Und da steht der Block vom Dresden-SC. Und erneut steht der Block vom Dresden-SC in Form von Friederike Thetner. Und damit geht der Dresden-SC in Führung 9 zu 8. Und jetzt ist die Block vom Dresden-SC. Und jetzt ist die Block vom Dresden-SC. Die Schiffenkämpfer, praktisch hoch! Gott ist gegen! Ausgleich ist gegen! Mira Tupic! Und Friederike Thieme mit dem 11 zu 9 Aussicht des Dresden SC. Und der war zu weit. 10 zu 11. Aussicht des SSC. Und an der Angabe jetzt Anja Prado. Ausgleich ist gegen! 1, 2, 3, 4! Und der war drin, schön rausgespielt durch Julia Retzlaff, damit steht es 11 zu 12 und andere Angabe jetzt, Patricia Taumann. Und schön gemacht durch Stefanie Kark, 13 zu 11 aus Sicht des Dresden. Und da kam niemand mehr ran, schön gemacht durch Julia Retzlaff, 12 zu 13. Und da steht erneut der Block von Schwerin, Berit Kaufeldt und Dennis Hanke, Ausgleich, 13 Beide. Für Dresden jetzt die Grittmüller. Und Frederike Thieme erhöht auf 15 zu 13 für Dresden. Und schön durch den Block geschlagen, 14 zu 15 aus Sicht des SSC. Und damit kommen wir zur zweiten technischen Auszeit beim Stand von 14 zu 16 aus Sicht des SSC. SWELL ZDG das geht Stephanie Kark für den Dresdner SC macht nach der Auszeit weiter, gleich mit einer Netzangabe und damit steht es 15 zu 16 in Aussicht des SSC. Deine Sanker. Linder hält der Ruf für den Dresdner SC und der ging ins Aus 16 zu 17 aus Sicht des Schweriner SC. Und ein Wechsel beim SSC, Vendula Adlarova kommt rein, dafür geht Julia Retzlar hinaus. Andere Angabe jetzt, Nira Topic. Und Patrizia Tormann mit dem Post. Der Vorschlag zum 17 zu 18 für den SSC. Und da steht der Block aus Wendel. Vendula Adlarova und Berit Kaufeld. Und es steht 18 zu 18. Und Auszeit genommen vom Dresdner SC. Dresdner SC. Dresdner SC. Dresdner SC. Dresdner SC. Altyazı M.K. Und der Ball von Patricia Tormann. War zu weit. 18 zu 20 Aussicht des SSC. Und Outside genommen vom Schweriner Sportclub. Und der Ball von Patricia Tormann. 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 18 zu 21. 21 zu 18 Aufsicht des Dresdner Sportclubs. 19 zu 21 Aufsicht des SSC. Und der Ball von Patricia Tormann. Patricia Tormann. Mit der Angabe ins Netz. 22,19. Für Dresden. Für dieamaischen kids mit der CSC Schnick auf. Satz Keilke! Satz Keilke! Satz Keilke! Und da war noch jemand dran. 2022. Aussicht, das ist es safe. Und erneut Auszeit genommen vom SSC. 2, 3, 4. Ja! Und der Ball war soweit. Damit Punkt für den SSC. 21 zu 23. Und vom Block ins Aus. Damit 24 zu 21. Für den Dresden SSC. Satz bei. Und der Ball war drin, sagen die Schiedsrichter. Damit 22 zu 24. Und Danny Sanke an der Angabe. Direkt verwandelt. 23 zu 24. Schwerin ist wieder dran. Und Schlussfolgerichtig. Die Auszeit vom Dresden SSC. Die müssen jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, das geht. Aber hier gibt es noch was. Der Fünfte, der wir drin, ist wieder an. Und das ist von Marina Schering. Jetzt werde ich mit zwei Drachen. Er geht. Unserecke. Schwerer darabend 않는 Thema. zwar Und der Ball ist drin. Damit geht der zweite Satz an den Dresdner SC. Beim Stand von 23 zu 25. Und somit steht es in den Sätzen 1 zu 1. Und damit beginnt der dritte Satz zwischen Schweriner SC und Dresden. Und der Ball war soweit. Und damit geht der erste Punkt an den Schweriner SC. Und mit der Angabe jetzt Dennis Hanke. Der Ausgleich. Der Punkt geht an den SC. Der Punkt geht an den Schweriner SC. Der Punkt geht an den Schweriner SC. Der Punkt geht an den Schweriner SC. Von Patricia Dormann und Anja Brand. Der Punkt geht an den Schweriner SC. 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 Und der Punkt geht an den Schweriner SC. Und der Ball geht ins Netz. Und damit geht Dresden in Führung. 5 zu 4. Und auch dieser Ball geht ins Netz, somit wieder Ausgleich, 5 zu 5. Und der Ball war zu weit. 6 zu 5 für Dresden. Und da kommt Patrizio Tormann nicht mehr vernünftig an. 5 zu 7. Und da steht der Block vom Schweriner Sportclub. 6 zu 7. Und mit diesem Punkt geht es. Und in die erste technische Auszeit beim Stand von 8 zu 6 für den Dresden RSC. Der deutsche Jokko, der fängt die Sparte. Und der zweite Zeit, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb. Die Sparte, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb. Und der Wettbewerb, der Wettbewerb. Und der Wettbewerb. Und der Wettbewerb. Und der Ball von Stephanie Kark war zu weit. 7 zu 8 aus Sicht des SSC. Und für den SSC schlägt jetzt auf Dennis Hange. Und schön gemacht durch Frederike Thieme. Team 9 zu 7 für Dresden. Und schön gesehen durch Miratovic. 8 zu 9. 10 zu 8. Die Wettbewerb. Das Wettbewerb. 10 aus Sicht des SSC. S mains los. Und alle Wettbewerb. Zwei debattern. Die Wettbewerb. Das ist ein Teil der Wettbewerb. eating üBchen. Sie την bibert覺得 nebenbei, wettbewerb unter nicht. Die Wettbewerb. Und die Wettbewerb. Und dann ist die Wettbewerb. Die Wettbewerb. Und das ist die Wettbewerb. Die Wettbewerb. Das ist die Wettbewerb. Und die Édbewerb. Und da steht der Block vom SSC mit der Nummer 2, Vendula Adlerova für den SSC mit dem Ausgleich 10 Beider. Und der ging unter dem Netz durch. Damit geht der Schweriner Sportclub in Führung 11 zu 10. Anja Brand. Und da kam Anja Brand nicht mehr ran. 11 Beider. 11 Beider. 12 Beider. 13 Beider. 14 Beider. 15 Beider. 15 Beider. 15 Beider. 15 Beider. Saskia Rippe Und Vendula, Adlerower mit dem Schlag am Block und dann ins Haus. 13 zu 12, Aussicht bis SSC. Mandela Adlauber. Und der Ball war drinnen. 14 zu 13, Aussicht des Dresdner Sportclubs. Und der Ball war drinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da kommt, wenn du da Adlerhofer nicht mehr ran, 15 zu 14 für den Dresden, der SC. Und Stefanie Kark mit der Angabe ins Netz. 15 beide. Und da war noch ein Spieler von Dresden. Damit geht die zweite Technische Haushalt beim Stand von 16 zu 15 an den Schweriner Sport. 18.15, das Spatis-Dienenskonzert. 17.15, das Spatis-Dienenskonzert. 17.15, das Spatis-Dienenskonzert. 17.15, das Spatis-Dienenskonzert. 18.15, das Spatis-Dienenskonzert. 18.15, das Spatis-Dienenskonzert. 17.16. 18.15, das Spatis-Dienenskonzert. 18.15, das Spatis-Dienenskonzert. 19.15, das Spatis-Dienenskonzert. 19.15, das Spatis-Dienenskonzert. 19.15, das Spatis-Dienenskonzert. 20.15, das Spatis-Dienenskonzert. 20.15, das Spatis-Dienenskonzert. 20.15, das Spatis-Dienenskonzert. Und er ist drin, da stand der Block genau richtig, 18 zu 17 für den SSC. Andere Angabe jetzt, Anja am Rand. Und wieder Standardblock vom Dresden durch Grittmüller. Und der Ball ist soweit, 19 zu 18. Patrizia Thormann. Och, dass du mit deinen Schaden getrennest. Lass es dir, in den letzten Jahren zu erinnern, in der Kielderippe Rundl. Und die Jungen, die Kielderippe Rundl! Und damit die Führung für Dresden. 20 zu 19 und outside durch den Schweriner SC. Und Sascha Hippel mit der Angabe für Dresden. Und Berit Kaufeld gleich zum 20 zu 20 aus. Und Stefanika erhöht für Dresden auf 21 zu 20. 22 zu 20. 22 zu 20. 23 zu 20. Und erneut outside genommen durch den SSC. 22 zu 20. 22 zu 20. 23 zu 20. 24 zu 20. 25 zu 21. 25 zu 21. 25 zu 21. Und Grittmüller macht diese Angabe direkt 23.20. Und Miratovic mit dem 21.23 für den SSC. Und Dexel beim SSC, Berrett Kauffeld geht vom Feld. Dafür kommt dieser Turm. Und das ist nicht nur für den SSC, Berrett Kauffeld. Und damit Satzball für Dresden. Und diesen wird machen Silvia Speer. Und dieser war zu weit. Und damit 22.24 für den SSC. Und der Ball ist drin. Und damit geht der dritte Satz an den Dresden der Sportclub. Und es steht in den Sätzen 1 zu 2 aus Sicht Schwerins. Und damit melden wir uns rechtzeitig zurück zum vierten Satz. Beim Spiel hier in Schwerin in der Arena zwischen dem Schweriner SC und dem Dresden SC. Eröffnen wird diesen Satz der Schweriner SC durch Dennis Hanke. Und den ersten Punkt für den Schweriner SC macht Nadja Schaus. Und damit 1 zu 0 für Schwerin. Und Patricia Dormann mit dem 2 zu 0 für Schwerin. Und da steht der Block aus Nadja Schaus und Patricia Dormann. 3 zu 0. Und die Auszeit durch Dresden. Und die Auszeit durch Dresden. Und der Partnerin gibt es hier. Und die Gegner. Alles was Sie haben. Deinem Schwerin ist hier. Und die Auszeit durch Dresden. Erster Pummel in Dresden. 1 zu 3. Linder-Elterhof. Allgemein, wir haben alle in die Maschinen. Julia Retzler. Tützlungs, Schienes-Konferen. Wir haben sehr gut nachgegeben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine Angabe. Julia Retzler. Und Janine Völke. Ganz einfach gemacht, aber es kommt da keiner mehr ran. 5 zu 1. Janine Völke. 06. Grad! 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 Friederike Thieme für Dresden. Wer war zu weit? Sechs zu zwei. Sechs zu zwei. Na, der ist aus. Und der Ball war im Aus. Drei zu sechs, Aussicht von Dresden. Dresden ist das Sieb. Und das Sieben zu drei für den Schweriner Sportklub. An der Angabe jetzt, Patricia Taumann. Dresden, Dresden, Dresden. Und der Punkt geht an Dresden. 4 zu 7, Aussicht von Dresden. Dresden, 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 Dresden. Das war schwierig zu spielen zu für den Profet. Sie wird fern, die Sportklub. Für die zwei, Kills, hier. Jetzt ist der Bass. Die Wissler, die Wissler, die Wissler. Die Wissler, die Wissler, die Wissler. Die Wissler, die Wissler, die Wissler. Jörg! 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 Und nach diesem wundervollen Ballwechsel das 8 zu 5 für den SSC. Und damit geht es in die erste technische Auszeit. Und damit geht es in die erste technische Auszeit. Und die Beret-Kaufeld. Mit der Angabe für den Schwerglener Sportklub. Nein, doch nicht. Wendula Adlerhofer wird diese ausführen. Und der Ball ist drin. 5, 6 zu 8 für Dresden. 6, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Hier ist der Anschluss-Treffer für Dresden. 7 zu 8. Eine Angabe mit Müller. Der Ball war vom SSC. Ganz ausgegangen. Damit Ausgleich. 8 zu 8. Und wunderschön gemacht. Und durch Julia Retzlar. 9 zu 8 für den SSC. Und jetzt ist es gut. Wechsel beim SSC. Beret-Kaufeld geht wieder rauf. Dafür kommt Anja Brand. Stefanikar. Stefanikar. Und da sah Patricia Taumann recht unglücklich aus. Punkt für Dresden. 10 zu 9. Und der nächste Punkt für Dresden. 11 zu 9. Und der nächste Punkt für Dresden. Und... 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 Schöner Ball durch Nadja Schaus, zum 10 zu 11 für den SSC. Denny Sanker. Schöner Ball durch Nadja Schaus, zum 10 für den SSC, zum 10 für den SSC, zum 10 für den SSC. Und der Ball geht vom Block ins Feld. Bereits 7 zu 10, Aussicht von Dresden. Und Aussicht genommen von Tore Alexander. Zerrer. 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 So, guck mal, wir stehen jetzt auf und piekt ein Centimeter ein. Hier ist ein Spiel, der Musik hat. Wie das이에요? Auf geht's! Schreibe hier! An das ohne nichts! Zerrer. 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 Und direkt verwandelt von Dresden 14-10. Und weiterhin Linda Helderhoff an der Angabe für Dresden. Von Blockins aus 11-14. Aussicht, Schwerin. Auf geht's! Julia Ratzlaff. Und sie macht ihn direkt. 12-14. Schwe paran вижу donor. 19-20-18. sudsettoppjewel. Jetzt richer und 훨씬 länger zurück. Wir werden sehen. Ja, hat es! Jetzt live. Denkst des Neusensum. 15.12. Aufsicht von Dresden. Und der Ball war zu weit. 13.15. Aufsicht des Schweriner Sportklubs. Er hat ja Schaus. Und der war etwas zu weit. Damit geht es in die zweite technische Auszeit beim Stand von 13.16. Aus Sicht des Schweriner Sportklubs. Musik 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 Esse 2.19. Die Mischung leavenläuten, wir sind heute der Kieler. Wir sind der Kieler, der Kieler ist heute, Der Kieler, der Kieler ist heute. Der Kieler ist heute, den Kieler ist heute. Der Kieler ist heute, der Kieler Mischung hat ihn. Die Zieler der Kieler ist heute. Und Sendula Adlerova mit dem 14 zu 16. Patrizia Taumann und schön gemacht durch Anja Brand, Anschlusstreffer 15-16. Und das ist der Ausgleich. 16 beide. Und der Ball ist drin. Und jetzt die Auszeit für Dresden. Und das ist der Auszeit für Dresden. Und der Ball von Patrizia Taumann geht ins Netz. Und jetzt 17 beide. Und Anja Brand mit dem 18 zu 17. Und der Ball ist soweit. 18 beide. Und der Schlag von Patricia Taumann geht soweit, damit Dresden wieder in Führung, 19 zu 18. Rhythmus. Rhythmus. Und Dennis Hanke mit dem Versuch, kurz zu spielen, doch der Block steht 18 zu 20 aus Sicht des SSC und Auszeit für den SSC. Und Dennis Hanke mit dem Versuch, kurz zu spielen, doch der Block steht 18 zu 20 aus Sicht des SSC. Und Stephanie Kahn erhöht für den Dresden der Sportclub auf 21. Und der nächste Punkt. Für den Dresden der Sportclub 22.18 und Wechsel auf Schweriner Seite. Patrizia Taumann geht raus. Dafür kommt Lisa Tumpf. Und Julia Retzlar mit dem 19 zu 22. Eine Angabe jetzt für schön wie Anja Brand. Tschüss. Tschüss. Und der Ball geht ins Nirvana 20.22. Tschüss. 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 Denny Sanker Und der Punkt geht an den Dresdner SC Das heißt 21, 24, 24, 21 Aussicht Dresden Satz und Matchball Linder, älter Hof Und Julia Retzlaff kann nochmal verkürzen 22, 24 25, 25, 25 Und Patricia Dormann und Nadja Schaus stehen da, genau richtig 23, 24, Einschusstreffer Und erneut Julia Retzlaff Und das war's Dresden gewinnt in der Arena Schwerin Den dritten Satz mit 23, 25 Und in den Sätzen steht es 3 zu 1 Im troisième Mal So, ich plane anschließend wieder jetzt Erstes Gespräch mit Herrn und feeling und als Siege der Freunde von der Pflicht, der Touran Alexandersen. Der ist jetzt hier geladen, wir haben heute zu besuchen, kein Kreise, der Touranagentur in der Touranagentur. Alles gut! Auf der anderen Seite unser Trainer vom Stuttgart, Der Dresdner Sportbüttung an Alexandersen. So, wir haben einen Top-Spiel gesehen. Der Dresdner SC gewinnt hier in der Arena Schwerin 3 zu 1. Ich denke mal, Sie haben mich nicht verpasst. Trotzdem mal einen großen Applaus an beide Teams. Wir haben eins gegeben. Aber im Volleyball gibt es kein Unentschieden. Kann nur einer gewinnen. Und das war der Dresdner Sportbütt. Sagen wir gerne nochmal die Sätze an. Erster Satz. 30, 28. Spielhunden 31. Spielersportclub 1 zu 0. Dann kommt der Ostreich. Dresdner SC. 25, 23. Spielzeit 27. 1 zu 1. Dann gegen Dresdner SC. 25, 22. Spielzeit 25. Und der entscheidende vierte Durchgang auch. 25, 23. Spielzeit 30 Minuten. Endergebnis 31. Herzlichen Glückwunsch. Geht hier auch aus meinen Sinn. An den Dresdner Sportclub. Ich sag's gerne mal an. Wir haben heute Zuschauer gekauft. 1.823 Zuschauern. Wenn das nichts bedeutet. Tor Alexandersen kommt. Und doch auch auf der anderen Seite Alexander. Und dankeschön auch nochmal an unser Pressemester. Hier heute die Sparkasse Mecklenburg. Schwerin. Sie präsentierte hier den Klassiker, das Top-Spiel in der ersten Bundesliga, Cherie Ego Dresden. Auch dafür nochmal herzlichen Dank. Vielen 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 Dank.